wieder davids map, oder? ja. da eben war das auch schon deine map. ich weiß nicht, ob ich heute mitspielen möchte. ja klar möchtest du das. ich find das unfair, mit wem hast du geschlafen, dass immer deine maps genommen werden? hatten wir das nicht aber schimmer gehabt? ja. du hast mit irgendwem von diesen, ist es nicht kinetic games, hast du bestimmt geschlafen? nein. hier sind die kisten zum verstecken direkt im eingangsbereich. irgendwas hast du noch, oder hast du jemanden erpresst? nein. nein. glaub ich nicht. ich werd euch schon grad sagen, wer schlägt denn freiwillig mit mir, außer du. äh, ich nicht. so mit unten. ich guck hier übrigens für den autos immer ganz genau, ob der knochen da ist, nachdem das eine mal diese wand eingeklemmt war. okay, ich bin da unten nicht frei. okay, wir haben den keller noch hinten, das versteckt. wenn du runterkommst, links. okay. limo macht draußen party, ich hab den knochen gefunden. schön. ach, hier ist er schon, boah. guten morgen, elpelin du. wenn wir die spieluhr haben, oder die hand? wo ist denn die hand hier? wir haben die hand. view ist es nicht. wo liegt die hand hier denn? wo ist die hand? ähm. weißt du das? müsste oben liegen. ach ja, die liegt hier auf den, auf den, auf den, im zimmer, äh, im zimmer, in den grünen zimmern. ach stimmt, auf dem tisch da, ja, ja. ich wünsch mir was. ich will was wünschen. nicht jetzt! ja, ich bin Hose frei. äh, was du spinnest. du hast deine Hose frei, das ist schön. wie, du hast überhaupt noch Hose an? äh, ich hab meine aus, weil ich scheiß mir nur rein. äh, endlich hat sie gelernt. was kriegst du? ich will das immer schwimmen, wenn du wirklich hier schräg, dass du einfach nur irgendwie so abgehaktes kommst. ja, ja, ja. mein discord filtert das einfach raus. weil du so laut schreist und bei dir ist ja vielleicht richter kompressor aktiv, dein mikrofon, deswegen wird das alles weggefiltert. weil das zu laut ist. ja. ach, ich wollte ein foto machen und die dumme troller, ich war zu langsam. auf jeden fall die mit dem, mit dem pyjama. hm. die hübsche. die hübsche mit dem pyjama. aber wir wissen immer noch nicht, wo es ist, oder? nö, aber hier oben hat sie das event zumindest gemacht. hier hat sie irgendeine tür angeklappt gerade. warte, ich hab ein emf. ah, telefon hier hinten im schlafzimmer. emf 2, da wo die hand liegt. ein telefonzimmer, okay. kann doch noch foto machen vielleicht vom telefon. türen fummelt. ja, die ist woanders angefummelt. es sind wieder zwillinge. er hat da jetzt gerade eine tür angefingert. ich bin dabei. ne, hier ist nix. es gibt nicht. die hätten eine andere tür angefummelt. ja, danke stopp. ich glaub hier hinten aber jetzt tatsächlich. ne. doch, die schranktür hier drinnen im raum. 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 okay, box nisch. wir haben dots. doddy doodle. dots und finger. banshee, phantom gory. uuuu, banshee. uuuu. 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 hantet sie. oh. es hantet ja. uuuu. uuuu fuck. uuuu fuck. ich wollte grad ein menü. ich wusste nicht wo ich mich stecken sollte. hihihihi. hihihihi. aaaaaah. oh geil. die hatte ich so irgendwie zweifelt irgendwie in Schrank. dachte ich bin jetzt tot weil ich neben ist. nö, die geht einfach straight ohne. Und das ist ein Banshee, aber. Ist jetzt vorbei? Komm, doch. Ich hab... Doch, jetzt ist es vorbei. Ich leg ein Kruz hier rein und ich hab ein Paraboli dabei. Paraboli. Paras, danke für dein Lörg. Mach den Banshee, schreib bitte. Mach. Ey, nicht andere Türen anfummeln. Du sollst den Banshee schreiben, mach. Mach den Banshee-Schrei, schalalalala. Mach den Banshee-Schrei. Alter! Die hat Bock? Ja, dann lass er ran. Die frisst das Kupferfix durch. Die hat Bock. Dann lass er ran, die Gute. Gebt mir den Banshee-Schrei, bitte. 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 Ah! Jetzt hab ich ein Geisterfoto, Bitch. Geil. Hat's gezählt? Ja, man sieht ihn. Also, auf jeden Fall kein Phan-Dome. Okay. Bei Kuri müssen wir doch nur testen, wegen Dots, ne? Genau. Ey, die hat jetzt schon den Gang meine Gerze ausgeblasen, die Sau. Hm. Sind keine Bläserin. Ich hab dir doch grad ganz süß mit dem Kopf gewackelt, als ich sie angeguckt hab. Ganz, ganz entzückend. Ach cool, wir haben entkommen, während der Geist, während einer Jagd haben wir auch schon abgeschlossen. Ne, ja, aber das ist ja fast in ihr war, oder sie in mir, je nachdem. Weiß nicht. Hat sie denn einen Umschneidildo gehabt? Wir werden gucken, wegen Benji, äh, wegen Gurio. Ich hab zumindest nichts gemerkt. Es ist ein Benji. Die ist grad vor mir gedoddelt. Und du siehst hässig aus, Hilfe. Also, ich hätt aber halt auch Benji gesagt, nachdem du gesagt hast, dass sie an dir, also, dass sie dich gar nicht beachtet hat. Würde ja sagen, dass David dann das Opfer ist. Also, irgendwo im Gang oben liegt auch das Parabol noch, wenn du lauschen willst. Dieser wäre figgerig. Sehr. Eieiei. Wie heißt sie denn? Oh, schon wieder gedoddelt. Klopft ans Fenster, aha. Vor allem, zeichne ein paranormales Geräusch mit dem Parabol aus, sagt er, ne? Das ist noch nicht erledigt. Der hat bei mir eben reingeflüstert. Cool. Ja, ja, mach ich schon. Muss man manchmal nicht verstehen, glaub ich, ne? Vielleicht musst du ja reinknabbern. Reinknabbern. Gib mir ein Benji-Schrei, bitte. Sofort, gib ein Benji-Schrei. Die hat schon wieder das Kruzifekt eingefressen. Die hat aber Bock. Oh, Limo, sie will dich und sie kriegt dich. Darf ich mir jetzt was wünschen? Ja. Du hast einen Fußabdruck fotografiert. Ich? Ja. Geil, ich wollte aber das Kruzifekt fotografieren. Das funktioniert manchmal sehr gut, muss ich sagen, mit den Fotos. So, ab in den Schrank. Bin schon mal hinter den Kisten unten. Was wollen wir denn wünschen? Sicherheit? Nee. Ich pass' draußen auf, damit geht, damit uns geht noch ein Windcloud. Es handelt. Ich glaube, es handelt. Es ist... Es ist... Wow, ich wünsche mir Wissen. Ja, drei von den Geistern... Nö, nö. Ich seh' gar nichts mehr Hilfe. Wenn's vorbei ist, hol ich dich ab. Der so halb. Das Gute ist, ich hör' ihn noch. Wo bist du denn? Ich will... Ich... Oh, das ist gut, ich seh' noch ein bisschen was. Achso. Okay. Du hast dich richtig geholt, hier. Nö, nö, nö. Ich seh' ja noch wat. Oh, Limo sieht noch wat. Na dann fahren wir wohl mit ner Bahn. Nee. Mhm. Cool. Das war ja fast schon too easy. Limo hat gepubst. Das war ja fast schon. Das war ja fast schon. Ups. 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 Welcome back. I've got some jobs ready for you. A-D-K-A-D-A-D-E-A-D-Y-A-D-A-D-Y-A. Amen.